Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Ja, der Walter ist jetzt mal nicht, ich sag mal, eh live. Ja, jetzt wird wieder ein bisschen gegengezockt. Matwein durch den Matsch. Mit dem René natürlich. Und ja, wir waren jetzt hier im Hintergrund alles soweit fertig. Und dann schalten wir den nachher live rüber zu zum Gameplay. Ja, so lange müsst ihr halt damit euch mal Oh, was haben wir denn hier jetzt? Achso, ja, 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 ich weiß bescheid. Auf die Nachricht hatte ich noch gewartet. Ja. So, liebe Leute. Es läuft soweit alles stabil. Das ist sehr schön. Und dann, wenn der René wieder da ist, René hostet nämlich die Karte, dann geht es los. So, genau. Ich hab schon mal auf Live-Sendung gedrückt. Ist ja egal. Also, ich hab alle Karten. Du hast alle Karten, okay. Hat denn bei mir noch welche gefehlt? Ich glaube ja auch, oder ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Und... Das ist die Küstfrage. Einfach mal euch in der Karte. Ja, mach doch einfach. Haben wir es mit? Da haben wir es mit. Und da einladen. Jo, hier kam was an. So. Game stoppen. Halt die Karte nicht vor. Nehmen wir mit. Ein Unimug. Lkw. Und... Den. Ah, es lebt. Es lebt. Kann maximal sein, dass du den in deutem rumladen musst. Ja, 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 ja. Ich muss... Ähm... Was? Nein, nicht verlassen. Ich hab ja gerade gesagt. Ich hab mir zu heute eine Mottkarte genommen. Ja, ja, nee, ist richtig. Ich musste gerade... Mein Kontrollos haben wir auch hier. Und da hatte ich gerade auf den Kreis gestartet. Auf unseren roten. So. Warte, wir schalten jetzt schon mal live rüber. Das kann ich mal minimieren. So. Hier sollte gleich ein Gameplay erscheinen. Unser schöner Matwa. Genau, da haben wir es. So. Könnt ihr ja mal sehen, was für so schön ist. Wo ist denn der Deutz? Der Gelbe? Ja, das ist auch ein Deutz. Ja, 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 ja. Ich weiß... Grün ist oder Gelb? Das macht nicht. Hauptsache... So. Dann werden wir schneller wieder. Meinst du? Ich weiß es nicht. 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 Das werden wir noch sehen. Welchen hast du? Hast du den blauen oder hast du den? Ich hab den blauen. Nimm auf den blauen. Und den hast du aber. Da war ja der Kahn drauf, oder? Ich hab mich gerade außer dem bei Steam eingeklinkt. Wollte ich nicht. Ja. Gut. Ich dachte, du willst, müssen wir dein Deutz nicht mitnehmen. Na, hab ich doch. Warum? Das ist bei mir der Unimug bei dir. Den hatte ich angeklickt. Oh, mein Gott. Ja, ja, ich hab ein bisschen wieder... Nee, ich seh's. Bestimmt Zeit versetzt, oder? Nee, ich seh's bei mir im Spiel. Ach so. Also wegen Jochen. Gut, dann... Let's go, Baby. Lass uns bereit. Oh, Gott. Guckeschön, wie so. Na, wöhn. Hi. So. Oh, wo sind wir denn? Warum stehe ich denn schon wieder mitten am... am Rande des Rand? Weil wir unter Werkstatt stehen. Ja. Warte mal, ich werde mal... ...den hier einsteigen. Ah. Oh, ja, hier, das werden wir mal mal machen mit denen hier. Siehst du das? Ja. Müsstest du so sein, ne? Hm, hm, hm. Ah, das sieht ja auch nicht schlecht aus. Der Werkstatt-Anhänger hier. Container am Traktor. An uns in Deutsch. Und wo bist du denn? Ich brauche mein Unimuck zusammen für Erkundungstuch. Ah, so. Warte, ich switch mal wieder um. Mein Unimuck auch. Aber ich muss erst mal... ...in den Werkstattbereich. So, wir brauchen... ...diss? Mö, ein bisschen. Ich muss doch schon mal ein bisschen leiser machen. ...mö, hm. Äh, haben wir ja... ...warte mal. So, würde ich sagen, ja. Ein kleines Dankfass kann ja nie schaden, oder? Im Gelände. Naja, du weißt doch. Wenn weiter gespritzt hat, dann... ...ist doch weiter traurig. So, warte mal. Da haben wir eine Dankstelle. Wie groß ist denn die? Oh, da haben wir ja ordentlich was zu tun hier. Ja. Groß ist die Korte, nicht? So groß ist sie nicht. Werden wir aber heute nicht alle schaffen. So, wo bist du? Ne, ich warte auf dir, wie immer. Ich bin fertig. Vermehrt, kümmer. Starten. Warte. Naja. Da stehen aber auch hier mitten auf dem Video. Ja. Das habe ich auch so gedacht. Das ist die Zeit für Euro. Oh, ich habe mal Luft drunter. Oha. So, warte mal. Mal gucken, wo wir hier rumstehen. Durchkommen habe ich natürlich keine Ahnung. Hast du keine Ahnung? Ich auch nicht. Da ist ein Sä. Das ist auch nicht eine... Ein Sä. Oha. Ich habe Schaden hier. Oh, das ist ordentlich Schaden. Was war das denn eben? Eingedunkt. Ja, habe ich gesehen. Oha, jo. Das sieht lustig aus. Also, wenn wir eine Markierung, die ich hier gesetzt habe. Ja, die ist für die Katze. Und dann ist ein bisschen verweichlich. Oh. Und diesmal wird bei der Karte auch nicht aufgegeben. Nee, nee, nee. Diesmal nicht. Wie das letzte Mal. Das letzte haben wir ja alleine aufgegeben. Aus welchen Gründen auch immer. Aber diesmal wird das eiskalte durchzogen. Und wir schaffen eh nicht heute alles. Ich weiß, bei Sonnen, das geht morgen mal. Genau. Das wir denn morgen weitermachen. Oh, meine Herren. Was hast du denn? Ei, 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 ei. Das ist ja wie Berg- und Talfahrt hier. Das ist auch wieder der Beobachtungswunk. Ach, ich kann ja mal... Eigentlich bist... Ja, dahin. Eigentlich bist es. Du müsstest ja meine Linie sehen. Ja, ja. Ja, habe ich gesehen. Wie immer, wo ich wessen müssen, war da hinten ein Hügel oder Tüftor? Ich glaube, da war da hinten. Da hinten, glaube ich. Das sah lustig aus wie du geämmt. Äh, warte. Ich fährt noch. Ah, ich fährt noch. Okay. Ach, du meine Herren. Was hast du denn hier? Ei, warte, warte. Äh, ja. Aber ich fall nicht mehr. Oder? Doch. Ja. Hilfe, Hilfe. Oh, nein. Nicht da runter. Wir lieben die Herausforderung. Genau. Genau. Ach, tu mal noch mal bitte teilen. So lange. Warte, ich mach das auch noch mal schnell. Wenn ich wieder unseren Stich, äh, sicheren Standplatz öffne. Ja. Auch. Hat er öster Beobachtung so. Ich seh ne. Oh, wie hell bis dort hin kommt. Das ist die Chris-Frage. Man will da sich ja um Gelände recht gut machen. Der macht sich ja richtig gut, ja. Oh, du steckst fest. Oh, ich seh es. Oh, ich gucke da rein. Wir erklimmen die Berge. Nicht zu Fuß. Warte, ich mach. Wenn ich komme. So, dann teile ich den nochmal schnell. Nur eins. Ist frei. So, hab ich mein Handy. Genau. Danke, danke. Danke, danke. Stream Info. Link zum Kanal teilen. Genau. Jo, geht gleich los. Bleiben Sie locker. Atmen Sie durch die Hose. Was hast du gestern noch so schönes getrieben? Nee, kannst du nur empfehlen. Empfehlen? So. So, der Walter hat auch nochmal einen rausgeteilt. Na, ist so gut. Ja, ne, ich war gestern von meiner Alpenauktur. Was wir da gelaufen sind. Junge, Junge. Was man nicht so live gesehen hatte. Aber das danach so schön an der Elbe. Das war gestern richtig schön angenehm. Also herrlich. Ja, außer mein Datenvolumen. Das hat sich leider, ja, verabschiedet. Das ist verbraucht. Ich wünsche dir meine roten Planungen, das zu wünschen, liebe ich. Kein Kommentar ohne mein Anwalt. Ja, mein Datenvolumen war oft gebraucht. Und ja, für die Dornverbindung. Und dafür konnte ich dann nachher nicht mehr. Das tut mir leid, wenn das so ein bisschen abgehakt war. Auch windig war es da ja schöner. Naja, Wind ist sowieso am Wasser. Immer ordentlich. Aber es hat Spaß gemacht gestern. Das sind schöne Hölzstrecken. Oh, yes. Aber die hier mit uns in Deutschland zu fahren? Na, Halleluja. Aber ich weiß, was ich hier bräuchte? Entweder so ein Quad oder hier so eine Motorrad. So eine... Das Pferd war auch noch nicht schlecht. Ja, die Karte hat man schon mal gemacht. Aber die hatten wir dann nachher irgendwann aufgegeben. Hm, weil die immer wieder umgekippt ist. Ja, und dann hatte ich nachher die... Faxen dicke. Und dann hatte ich gepockt auf der Karte. Ja, aber diesmal... werden wir das Eisgeil durchgezogen. Diesmal war ein besseres Vorbeug. Hm, genau. Definitiv. Aber es macht Spaß. Warte, müssen wir mal gucken, wo wir sehen. Ja... Na, ich hoffe, dass dann am... Lassen wir uns mal überraschen. Lassen wir uns mal überraschen. Lassen Füße. Aber du musst krabbeln. Jetzt ist es eh schon belastend an der Mitte. So, ich halte mal kurz hier ein... Lichtpunkt, äh... Markierung, für ein Beobachtungspunkt. Ja, ja. Okay. Warte mal überraschen. Warte mal überraschen. Du wirst meine Rotenplanung lieben. Ja. Ohne Kommentar. Oh. Wir haben nicht gebraucht. Aber ich glaube, der Erfinder-Tag-Korte wollte nicht, dass man hier abkommt. Ja, das... ...hatte ich mir auch so... ...was, ich schieb dich mal ein. Äh, Justen. Na, ich bin ein bisschen zurück. Und? Warte. Ich schieb dich mal ein. Okay, hat sich erledigt. Warte. Ich fahr mal vorbei. Oder ich versuch's. Ich hab aber auch noch keinen Windenpunkt. Ich jedenfalls nicht. Ah ja. Äh, 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 äh. Keine Chance. Tee, ich will an den blöden Stein. Ohne Kommentar. Meine Abkürzungen sind immer super. Ja, 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 ja. Mhm. Fall nicht runter. Ich? Warte, da geht ja so in die Mühe. Mach ich aber. Uh. Ist das dein Fuckin Ernst? Hm, 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 hm. Alter. Oh, hm. Oh, ich brauche nicht mehr. Ich sehe zumindest schon mal einen Beobachtungspunkt. Ja, ja, und freischalten hast du auch, ja. Aber ich komme ja irgendwie nicht vorwärts. Weil ich rutsche jedes Mal an den Ollen. Ja, 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 ich komme doch gleich. Ja, 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 ja. So. So. Oh, genau. Äh, ja. 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 Ach, lustig. Lalalala. Ayo. Ayo. Dankeschön. Warte, ich fahr mal hier unten ein bisschen lang. Ich hab dir den Schwimmer am Leggeberg. Na ja, hab ich so weiter eigentlich. Gut auf links. Ich sehe eine Brüge. Du glaubst es nicht. Wahnsinn. Warte. Na ja, ich sehe dich noch. Ich komm ja nicht hoch. Jetzt. Hätte ich ja abgeschneppt. Alles gut. Ach du dickes Ei. Was ist denn das für eine Brücke? Na einfach Feuer und drüber. Scheiß doch nicht in die Hose, Mensch. Ich habe bloß Bedenken, wenn wir hier nach der Fracht fahren. Die Brötter vielleicht ein bisschen weiter unten einmachen sollen. Ja. Ja. Dann wollen wir mal die Karte eingehen. Wir wollen mal die Karte weg. Ich glaube mit deinem Deutsch-Baus ist okay Holz fahren. Äh, ne. Versuchsweise kannst du das ja machen. Aber ich nehme LKW. Na ja, ich wäre auch ein LKW. Ne. Den mit Kran. Falls man doch mal... Ich nehme ja mal den Orangen hier. Ja. Und dann habe ich ja noch den anderen neuen LKW drin. Ja, den habe ich doch auch noch mal. Willst du nicht? Ne, du hast dein Deutsch genommen. Ja, stimmt. Ich hatte mein Deutsch ja. Waid ich mein Deutsch fahrend. Fernstür mit deinem Deutsch cowboy. Und ich fahre da mit dem ehrenrisischen LKW. Ja, genau, genau, genau. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Alter Schweder. Ah sie haben so einen Straßenbau, aberIP vergessen immer gekommen. Ja, definitiv. Langsam müssen wir auch mal an eine Dankstelle ran. Warum kann das damit? Na, die ist leer bei mir. Was, das riesige Fassentorff ist bei dir leer? Ja. Warum muss ich das denn nicht wirklich machen? Na, weil ich gedacht habe, wir fahren erst mal an eine Dankstelle ran. Das müsste aber eigentlich viel sein. Zeigt doch mal mir rot an, die Umrandung. Ja, warte mal, ich gehe da oben. Ja, wir sind besser zur Werkstatt. Warum müssen wir uns zurücksetzen? Ach, der geht ja nicht. Oh, doch, es sollte gehen. Ich rutsche, ich rutsche. Ich sehe es. Juhu. Wir haben den Berg erklungen. Um, warte mal rein, warum, Sanzi? So. Oder? Wir bei mir sind alle. Na, siehst du? Hm. Hm, hm. Die Dankstelle ist ja hier bestimmt jetzt keine an der Ecke. Da unten ist noch eine Werkstatt. Ja, da könnte man ja jetzt zur Werkstatt. Ja. Werkstattpunkte mitnehmen. Ja. Und gleich hier unten die Werkstatt mit freimachen. Da ist aber eine Tankstelle. Ja. Also wir wohnen jetzt zur Tankstelle. Ja. Machen die eine Tankstellebeobachtungspunkt? Ja, aber Werkstattpunkte haben wir jetzt nicht mit. Die gehen wir runter. Oder wir gehen direkt zurück zur Werkstatt, fahren mit einem großen LKW herunter und nehmen die Werkstattpunkte mit, ja? Ja. Und du nicht dann von hier oben nochmal mit einem Unimug starten und die zwei Beobachtungspunkte oben machen. Das kann man mal machen, ja. Ja, brauchst du eh mit keinen großen Hänger kommen bei der Werkstatt. Nee. Definitiv nicht. Achso, weit. Äh, warte. Wie war anders? Ach, hier unten. Zur Werkstattpunkte. Das ist zu wenig. Aktueller Truck zur nächsten Werkstatt abschleppen. So. Schlecht. Achso, warte mal. Umbauen. Oder, äh, oder, naja, mit dem Deutsch brauch ich nicht nehmen, wa? Du möchtest den Hänger nennen. Ja. Warte, dann nehmen wir mal ein Deutsch. Du musst mir nur sagen, mhm. Ach, quatsch, nicht den. Was? Wie viele Werkstattpunkte du heißt? Warte. Äh. Was denn? Bum, 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 bum. 600. Dieselfass. Werkstatt. Zweier hab ich einmal. Ja, und der große Container hier, der hat auch Zweier. Trägt zwei Werkstattpunkte. Ich tue mir auch erstmal hier Werkstattpunkte zusammenbasteln kurz. Weil, dann sieht es schlecht aus. Mit Werkstattpunkten. Vier Werkstattpunkte. Das wäre ja super. Warte, würde ich den? Ja, und das, dass das da oben mal eine Pfeil ist, dafür kann ich nicht. Also, für den Innenraum wollen wir mal beschweigen. Aber danach geht's ja nicht. Uiuiuiuiuiui. Der Sound. Der hat sich gut an. Ach du Schuze. Boah, ey, der Licht kann sich gar nicht reingucken. Weil der so hell ist. Aber der Tank ist nicht voll. Also nicht ganz voll. So mein Deutsch. So mein Deutsch. Komm her af. Ich weiß, wie der hängt mit mir an. So. Ja. Ja, von mir aus gell mal. Was? Das ist ja mal cool. Ja, geschieht wie so. Das ist... Nicht schlafen. Das ist nur verwirrend. Bei uns. Ja, wir müssen ja eh an der Tankstelle vorbereiten. Ja, ja. Alter, macht der eigentlich nicht. Das ist ja mal echt nice. Wo gingen sie jetzt eigentlich lang? Oh, der Sound hört sich gut an. Warte mal, wir müssen mal kurz eine kleine Wende machen. Ach so, weil nichts siehst du ja nicht, blindet ja nicht. Äh, da da, ok. Nicht nur blendet das Licht nicht. Warte, du musst jetzt so ein bisschen warten, weil ich hab ja... ...einen ganz anderen Radius. Ja, das ist ja überhaupt so groß. Ja, so ungefähr. Ja. Ja, 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 ja. Hm. Sieht geil aus, also... ...seht schon... ...richtig nice aus. So, danke voll. Warte, ich will Kalle hier. Ja, ich werde alles noch strinken. Gut? Jo, Feuer. Gut? ja warte ich muss mich doch bloß erstmal richtig hinstellen vor mir eben schnell so weit ja moment Anhänger lösen? Ne, ich würde es nicht verändern. Da. Ne. Drücksexten? Hä? Der Winde anbringen. Eigentlich. Anhänger lösen? Eigentlich auch. Warte mal. Ich hab ja... Alles klar. So. Nö. Jetzt hab ich mal Anhänger. Ich gucke, ey. Das ist ja mal wieder hervorragend. Trackwechsel? Nein, wollen wir nicht. Wenn sie geht, muss ich mich zurücksetzen. Ne, warte. Motor stoppen. So, jetzt. Jetzt musst du doch aber... Warte mal, ich muss mal auf mich anders platzieren, ja. Ach, der Mord. Das Mord muss nicht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wissenschaft mal wieder... Warte mal wieder. Warte mal wieder. Warte mal wieder. Jetzt so. Jetzt so. Jetzt so. Jetzt so. Ach, hier ist was los, Leute. Warte mal wieder. 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 Das ist doch mal wieder. Mein Anhänger wieder anhängen. Danke Danke. Ja bitte bitte. Warte mal jetzt, wollte ich doch gerade mal gucken hier. Da dann müssen die Sender ein... Abwechseln den Motor, abstellen. Da, die Sender einbringen. Okay. Ach. Hm. Motorstattel. Ne, warte, der ist noch nicht dran, der Anhänger. Binde lösen. Fortschritt noch. Kann man die da eigentlich noch mal dran hängen denn? Normalerweise schon. Ach, die Kamera. Die macht mich fertig. Aber hier steht bloß Motor abstellen, Trag wechseln, Winde anbringen. Wollen wir ja nicht, warte mal. Ja. Kann ja nur die Winde. Ah, jetzt so. Ich musste mit der Maus, alles klar. Ich hab ihn dran. Ich musste wieder mit der Maus rumspielen. Let's go weiter. Ja. Warte mal meine Komma. Warte mal meine Komma. Warte mal. Das geht ja gar nicht. Nee. Du jetzt bitte, aber keine utopischen Wege. Waren wir mal eben beim Segewerke? Ja. Hätt das jetzt besser aus, das weiß ich natürlich nicht. Und das soll man sehen, da. Ja. Jetzt lese ich nicht. Nichts sieht besser aus. Komm. Warte mal den Motor abgerückt. Wie hast denn das geschafft? Weil ich in Gang. Also. Ah, sieht schon echt geil aus, ey. Ah, das ist schon ein Biest. Na ja. Was? Was heißt hier schon wieder? Na ja. Mein Freund. Ich glaub die Stelle irgendwie. Sieht doch schon schneckig aus hier. Mit Zapfwelle. Mit. 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 Auf. Da. Ja, er könnte noch ein bisschen besser sein, sag ich mal. Innenraumbeleuchtung rundum leuchten. Schwarze Auspuffqualmen. 混. LKV zu dort. Der. Nee, wo weiß nicht mehr. Uuuiuiuiuiui. Kann es nicht alles haben? Nein, das ist richtig. Wo ist denn sonst denn härnlicher Sonne öfter? der Himmel brennt bleibt man da stehen bitte wenn sich hier über Wasser das mag er nicht der hat auch gedacht wo fährt Walter mit mir hin mit mit dem drucken nur noch nicht so schnell weg Das kommt davon, wenn man Innenraumperspektive fährt und guckt dahinten. Du kannst ja an der Spätenraumperspektive vornehmen, du darfst nicht dahinten gehen. Naja... Ey, Innenraum. Kannst du hier nicht fahren ey. Das war keine DAS. Ich feiere das so geil, ey. Mit meinem Dolz hier Wird nicht irgendwie gekippt Machst du gleich Männchen? Ich fahr doch halt so unter die Tür Ja... Ich weiß, meine Abkürzung wohnen schon mal ein bisschen Kein Kommentar Nein, nein Justin, ruf bitte mal der ADAC an Mein Fahrer hat sich gleich hier weggespawnt Kannst du eigentlich noch ein bisschen aussuchen mit der Kamera? Das ist natürlich jetzt eine interessante Geschichte dein Octoring zu sehen Ja, das sehe ich auch so Äh, jup, warte Jup Jup Äh, warte, ich versuche mal... Anah... Ich versuche es schon zu... Zu dir zu lenken, ooo... Ja... Ja, komm 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 Warte, ich muss ja mal един los machen sonst müllte weiter Jetzt so Danke dir. Vielen, vielen Dank. Mit Vorwärtsgang 40 Meter. Ja. Aber anders kann man nun mal nicht hinter der Brücke. Ja. Ja, ja, ja. Warte mal, ich werde mal im ersten Gang einschalten. Das wird echt... Und wir müssen hier lang. Weil ich mit Hölz suche, ich muss mal einen anderen Gang. Ja, definitiv. Also mit Hölz möchte ich hier unten gleich fahren, weil... Geradeaus? Über die Brücke. Ja, ja, da, ich sehe sie. Ja, 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 ja. Die Brücke, da ist sie schon. Das sagt die Eieruhr. 21 Uhr, 20. Okay. Ja, davon gibt es morgen Teil 2. Könnt ihr euch schon gerne mal einschalten, wenn ihr möchtet. Wirden wir uns freuen. Teil 2, Teil 3. Ja. Oder eventuell Teil 4. Äh, Anhänger verloren. Hallo? Wieso? Was ist das? Motor aus? Das ist durch die Scheunen-Model. Nö, noch nicht. Ich kann nicht mehr auf den Platz fahren. Achso. Äh, äh, ja. Doch, kann ich. Mal. Ich bin schon mit dem ersten gegangen. Okay. Warte, ich bin zu weit weg. Tut mir leid, das muss ein bisschen geduld haben. Kamera, 3. Was ist an der Kunstteil? Ich hab Zeit. Ich hab über 2.000 Euro Kraftstoffen. Ganz so schnell geht mein Damm nicht leer. Das ist gut. Boah. War einer jetzt dran? Ja, ich hab mal. Ich will nicht wissen, was da hinten passiert. Ja, nicht. Ich wollte nicht schuben. Ich wollte da die Bremse lesen. Da könnte ich dich mal retten können. Oder? Halleluja. Nur die Ruhe. Ich bin ganz ruhig. In der Ruhe liegt die Kraft. Wo sei? Also Schaden hab ich jetzt, äh, 450. Von 600. Äh, LKW? Ja. LKW. Äh, LKW nicht. Äh, Traktor weg. Traktor mühe. Traktor unter Wache. Ach, ja. Du hast gerade aufgefallen, als ich jetzt über die Brücke gefahren bin, ist der Zaun weggegangen. Ja. Der ist vorhin auch schon ein bisschen bei uns. Wie wir da drüber gefahren sind. Ja, toll. Kriegst du mich irgendwie rausgeschleppt? Nee, war. Schwierig. Ich versuche. Aber ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja, mein Weg nach unten finden. Naja, und der ist nicht so einfach. Nein, ich versuche. Du hast gut, dass ich von der Brücke drüchte. Ja, das hab ich auch ge- Ach so, hier sehen. Ah, wie meiner hier so ein schön Männchen macht, der eigentlich noch. Geil. Komm, mit der Hängung. Hm, warte. Ja. Ja, warte. Ich muss noch ein Stück zurück. Noch mal. Vielleicht bei der Winde bist du noch Malschlau. Hm. Habe ich. So, wie liegst du denn jetzt? Kann ich dich jetzt einfach wieder hinzuhören, okay. Hey, du liegst auf meiner Maus, Mensch. Schwimmst du oder schwimmst du nicht? Ich schwimme nicht, ich stecke fest. Richtig hier in so ein schönes Moorgebiet. Ich habe auch keine Kontrolle. Ich bin so gesagt, fahrzeugunfähig. Ich wollte gerade das andere Wort sagen, du auch? Ja, ich sehe es, du treibst ab. Ich bin so tief ins Wasser gefällt, äh, gekommen. Und weißt du, was da passiert, der Motor ist? Richtig. Ja gut, dann würde ich sagen, Fortsetzung folgt. Ich will zur Werkstatt. Ja. Ey, halt. Abschläppt zur Werkstatt. So, ja. Der Einlinger ist weg. Der liegt jetzt da, aber. Jo. So, die könnte man wieder rausziehen. Später. Ja, ich habe hier keinen Platz. Das ist ein Hirsch. Ups. Sag ich mal, auch nicht mag. Ein Werkstattpunkt ist zu wenig. Ja, definitiv. Für Werkstattanhänger. So, die Einlinger habe ich jetzt wieder dran. Du hast zwei Werkstattpunkte, ja? Ja, zwei habe ich. Der Einlinger trägt zwei Werkstattpunkte. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Tja, aber dein Fakt ist richtig. Das riecht mich gleich nochmal auf. Ich stehe unten. Das ist doch ein Werkstattanhänger mit. Hm. Das ist zwar das, was ich eigentlich noch nicht will, aber... Wir müssen links. Ach so, dann warte ich fahr vor, dann fahr du jetzt links. Dann drehe ich hier. Dann fahren wir zusammen nochmal die Strecke. Versuchen wir es. Ich habe eher so die Vermutung, dass eine Hänge irgendwo rumliegt. Das habe ich auch. Sehr schön. Ja, so ist es gut. Wir kommen an den Tankstelle vorbei, wo? Let's go. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das wäre ja nicht schlecht. Warte mal, ich will auch mal gucken. Wir sind jetzt da. Zu der Werkstatt wollen wir. Bis jetzt sieht es gut aus. Ja, ich muss eben... Außen kann ich jetzt hier nicht so vorgehen. Also haben die Reifen mehr Schlamm drunter? Ja, äh... Den greifen die nicht mehr so richtig. Nur und kippen durften. Nein, nein. Du musst ein bisschen überstehen, da. Ja, 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 ja. Okay, weiter. Wenn der Hänger häufig kippen, müsste weiterkommen. Naja. Warte mal. Ich kann mich nicht mehr schlafen. Das sind die Kuhn-Kuhn-Kuhn. Ja, den machen wir da von morgen Teil 2. Mhm, krass. Guck mal, wenn wir gucken, wo wir hier rum gucken. Lohnt sich nicht, beim Segelberg durchzufahren. Okay. Mhm, blockstrahl sie auf. Die Karte wollten sie bestimmt auch weiter. Ja, ich fahre durch den Wald. Wenn du den Weg siehst, wirst du verstehen, warum ich jetzt durch den Wald fahre. Ich sehe es. Naja, lass uns... Lass es uns versuchen, durch den Wald zu fallen. Gut. Na ja, der Allraud ganz schön jetzt. Mhm. Mhm. Achtungstrich. Was? Das Achtungstrich sagt nichts Gutes, mein Freund. Du wirst mich da ja versenken sehen. Bloß nicht. Ich hoffe, es ist schön langsam rumgefahren. Also einfach rollen und bremsen. Naja. Ich fahre ich damit heute zu. Da wurde ein Baum. Da soll man nicht, du kannst dich nicht anhängen. Nee, ich kann mich nirgendswo anhängen an mit dem Seilwind. Ich weiß nicht warum. Ich komm hier nicht von dem Baum weg. Jetzt. Oh, ich hab's geschafft. Oh, Gott sei Dank. Ich bin froh, wenn wir da sind. Ohne. 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 Du hast das schon mal umgekippt bis jetzt? Ja, bis jetzt geht's, ja. Aber trotzdem. Die Straßenführung ist hier ... Ja. ... sehr befruhend. Vielleicht kann hier ... Bewahrungsbedürftig. Aber vielleicht kann ja alles sein ... Man soll ja sich rausfuchsen, wie man am besten dahin kommt. Richtig? Hm. Genau so ist es. Wenn man sich nicht sicher ist, glaubt man am besten im ersten Gang. Richtig. Was ist denn die Werkstatt? Nein, nein, das ist gut. Ach so. Ach so. Ich sehe die Werkstatt. Juhu. Ja, bleibt da stehen. Da kann ich gleich in der Nebenform. Werkstatt freigeschaltet. So, sehr schön. So, guck mal, was ich hab. Was? Guck mal, was ich auch habe. Was denn? Kippo. Ein Kippo, ja, ich hab das schon eben gesehen. Ein Tanker. Den geht, den geht. Ja. Sieht unschlecht aus. So, jetzt machen wir es mal. Aber hier brauchen wir keine Hilfe. Noch nicht. Nee. So, Motor abstellen. Und wir sind aber erstmal aus. Da weiter und René. Teil 2 gibt es morgen. 20 Uhr 30. Ja. Bis dahin sagen wir erstmal Tschüss. Tschüss. Yeah. See that. The관 schoolconduct hat. golf.